hey ho hallo meine freunde und willkommen zu einem neuen video von darmomsdietzocker und heute sind wir mit dem lieben youmts hallo you und der hat auf grüfer games auf jeden fall eine richtig fette ec der spiele seit 3,5 jahren und wir werden gleich auf jeden fall mal gucken wie viel seine ec wert ist und er hat auf jeden fall noch einiges im inf was auch viel wert ist und dann schätzen wir mal wie viel das wert ist wir werden auf jeden fall hier rechts oben werden wir dann zahlen hinschreiben den preis und so dass ihr das die ganze zeit mitverfolgen könnt und ja da oben steht offizielles mit imf aber davor grüße ich noch ein paar personen also grüße gehen raus an sandy pro gaming an maxi hamper an yuko tv an schwammbrot und dann lord kuscheliger den rest grüße der nächsten videos und wenn genau du auch geküsst werden willst schreibe einfach einen netten kommentar mit dem hashtag gruß so wir gucken auf jeden fall jetzt mal in news ec jetzt kann uns auf jeden fall mal so ein bisschen dazu sagen für was er es gekauft hat es sei denn er hat im drachenspiel gewonnen und dann was es jetzt wert ist okay das erste holzschwert ich würde sagen wir gehen von links nach rechts immer reihenweise habe ich vor zwei tagen erst gekauft für 185 mio und eigentlich also man kriegt es noch für zwei weg würde ich sagen aber zwei millionen nicht erst behalten zwei millionen kommt auf die liste dann eigentum von you das war jetzt natürlich ein fehl einkauf den habe ich vor neun monaten oder einem jahr gekauft circa für 750k und ich würde sagen die originalen lucky block schwerte sind so bei einer mio und das vielleicht bei 4 500k ok 500k op schwert es ist ein vendetta schwert habe ich für bei zwei vor 1-2 monaten gekauft und im forum ging das letzte für 2,6 skp weg aber unter drei wird es auf jeden fall wieder geben ok schreiben wir drei millionen einfach hin eine kosmetische bonze 2018 kosmetisch ist bei ich glaube also ich habe lange kein zu einem forum gesehen aber so sechseinhalb bis siebeneinhalb ok siebeneinhalb millionen dann die birth klinge malik würde ich bei 17 mir schätzen 17 millionen kommt noch mal drauf die nächste birth klinge habe ich für 6 mio gekauft das war ziemlich lucky von issei kuhn vor ich glaube vier monaten mies und unter also neuneinhalb wurde mir schon öfter geboten aber ich hätte eigentlich schon gerne 10 mio dafür ok 10 millionen op schwert ist auch ein vendetta dasselbe wie davor auch so drei millionen drei millionen wieder ok das nächste das noch ein lucky buck schwert dasselbe wie der 400k wieder ja ok 400k dann wurden sort auch dasselbe wie das hintere und ist auch bei 2 millionen ok dann hier auf jeden fall ein paar skampf items die haben wahrscheinlich für dich einen wert aber nicht wirklich also für andere dann das born spider egg habe ich ein gebot von 24 million drauf und habe ich vor einem monat für 20 7 5 gekauft ok also sagst du so 25 millionen ja ok dann mein buddy wieder drei penetrationsmöhrern sind ein bisschen gesunken angeblich wurden die vielleicht drei viermal oder so gedupet sagen manche aber ich denke mal es ist noch bei vier bis viereinhalb million ok also für alle noch mal kommt noch mal 14 millionen drauf ungefähr können wir 14 millionen drauf dann dein klein kopf dreimal ein spongears gutschein zwei sind alte den habe also die zwei alten sind gerade nur bei 1 8 oder so also 3,6 million also die zwei neuen sind bei 1 8 ja und ich habe doch einen alten den habe ich möglicherweise vor zwei monaten gefunden für 1 4 aber ich habe schon gebot von viereinhalb millionen da drauf weil es halt ein alter gutschein ist ok dann rechnen wir noch mal 3,6 millionen und noch mal 4 millionen drauf dann wieder ein freundes kopf dann wieder hier ein freundes kopf noch ein egg endermite es ist sogar mehrwert weil das ist ein level 1 und das also das war schon immer einmalig eigentlich und darauf habe ich einen gewalt von 26 millionen ok nochmal 26 millionen drauf viermal oder nein ja viermal einen magischen viermal magischer sind auch ein bisschen gejobbt ich habe 2 39er sind bei 1 2 und ansonsten habe ich einen 15 oder 1 und ein level 7 so 1 4 1 5 also noch mal 6 millionen drauf genau mal 6 millionen drauf dann haben zwei mal ein weihnachtslicht also habe ich 1 gekauft für 2,2 und 1 für 2,4 oder so warum kriegt man da glaube ich gerade zwischen 2,3 und 2,5 für ok also nochmal 7,5 millionen äh ne 5 millionen drauf ansonsten habe ich noch 3 labaros kuchen ja die sind bei also sind alle 4 bei 1,5 millionen ok dann sind wir dabei nochmal nochmal 4,5 millionen drauf gehen wir zu seinem inf über inf c u so siebenmal star wars kopf 900k gekauft aber schon ewigkeiten her sind jetzt gerade auch nur bei einer mio each also nicht viel gestiegen ok 7 millionen drauf und tnt sind bei 800k ok 400k drauf was sind 64 spawn rabbit wert 40k je sind so circa 2,6 2,7 millionen ok 2,7 millionen drauf 52 mal ice out qlk boah ich würde sagen 17k je kann man nicht mehr berechnen aber 52 mal 17.000 sind wir bei ok nochmal 900k drauf 60 mal spawn endermain club 1 äh sind bei 13k je sind 60 mal 13.000 kommen nochmal 800k drauf 21 mal meisterjäger die man bei der gamescom bekommen hat ja die habe ich für 180k angekauft und die sind jetzt bei 400k ok 21 mal 400.000 rechnen wir nochmal 8,4 millionen drauf und zum schluss sieben quanten server sind circa bei 230.000 für dich nochmal was kleines zum ende mal sieben ok sind wir bei nochmal 1,7 millionen knapp und ich würde sagen ich blende euch jetzt mal den gesamtpreis ein ist auf jeden fall verdammt verdammt viel und ich würde sagen leute das ist hier im video vielen dank ju dass du dabei warst wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da wenn ihr euch öfter so ein video wünscht lasst einen fetten like da haut rein und ciao